Das Besondere an dem Job des Einkäufers ist einfach, jeder Tag direkt eine neue Herausforderung, wo man sich beweisen kann, wo man was erreichen kann. Es ist Adrenalin geladen, es macht einfach Spaß. Ich bin der Florian, ich bin jetzt seit über sechs Jahren im Einkauf Obst und Gemüse tätig. Im Endeffekt bin ich dafür verantwortlich, dass die richtigen Produkte zum richtigen Preis, in der richtigen Qualität, zum richtigen Zeitpunkt bei uns in der Filiale sind und dass der Kunde zufrieden ist. Das Interessante am Einkauf international ist natürlich auch die Produktvielfalt und auch die Ursprungsländer. Ständiger Austausch über Qualitäten, über Wareneingangszeiten. Der jeweilige Einkäufer verantwortet sein Produkt. Also aktuell haben wir wöchentlich Verkostungen mit unterschiedlichen Produkten. Dann wird sich mit den Kollegen ausgetauscht über Geschmack, Aussehen, was fällt einem auf. Es ist das große Ganze, was Spaß macht. Es fängt vom Ursprung an mit dem Erzeuger über den Fruchthof bis letztlich in die Filiale und natürlich auch das Kundenfeedback. Und es macht einen stolz, wenn man durch die Filialen läuft in ganz Europa und seine Produkte direkt vor Ort zieht. Und wenn man da nicht stolz ist, dann weiß ich es auch nicht. Lidl muss man können.